Was brauchen wir bei dir? Wer denn drin? Treib das Einsatzziel an! Hab einen! Ich hab noch einen. Ich bin tot. Der Killer pro Styles liegt da unten in der Mitte. Nee, nicht der Renndrum. Nee, du hast den Killer umgelegt, nicht den Killer pro Styles. Das ist der, der auf dich schießt. Bei den Säulen. Ich leg den Medikid da hin. Ist der tot? Ja, jetzt ist er tot. Wir haben die Kontrolle über Einsatz für Echo. Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen. Ey, das gibt's doch nicht. Ey, das gibt es nicht. Erklärt es mir bitte jemand. Ey, das gibt's doch nicht. Ehrlich nicht. Ich hab eine Schrotladung auf seinen Kollegen geschossen. Er stirbt. Drei Schrotladungen auf ihn und er steht immer noch und retzt seinen Kollegen. Ja, natürlich, klar. Conquest Service da gekriegt. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Eintritt, die E-Kommissionen. Satan. War aber auch nicht der. Dieser Star, irgendwas lebt immer noch. Trennt hier rum. Ich würd gern wissen, wo? Okay, Einsatzbefehl hatte ich gegeben. Ich hab deine erste Hilfe. Wir haben Einsatz für Delta verloren. Ja, das gibt es nicht. Ey, die entweder ziehen die Hitboxen so extrem nach oder die sind extrem groß. Eins von beiden muss sein. Das geht gar nicht. Also ich hab auch schon gesagt, dass die echt übelst lange nachziehen. Ja. Bei B war gerade nur einer in der Küche. Die ist aber, glaub ich, jetzt leer, ne? Super, jetzt hab ich diesen Bug, wo die ganze Game-Up-Bug in ist. Wo bist du? Da. Schon gut. Ich hab schon weg. Ich warte auf dich. Kommst du mit? Lass uns direkt nach D durchgehen. Wir haben wir unter C lang. Hast du C4? Nee, ne? Nee, ich hab nur RPG. Ansonsten hättest du nämlich die Flagge hier zerschroten können. Dann kannst du nämlich hier unten auch annehmen. Wenn du die Säulen da zerstörst. Was, das kann ich nicht mit RPG? Kannst du auch, aber ich weiß nicht, wie viel Munition da ist. Ob das ausreicht? Ob das Salzmune mit hast. Okay, jetzt wird's gefährlich. Sauer. Schön einnehmen. Wollen wir danach weiter zu Echo? Ja. Gut, Einsatzziel ist eingenommen. Ich würd sagen, über links, ne? Einen großen Umweg möglichst gehen. Stirb. Weil desto weniger gegen mir werden wir antreffen. Okay, wir müssen jetzt gleich irgendwann rechts gehen. Hier. Ah, das war die, die im ersten Stock ist, ne? Ja, nee. Ist im Erdgeschoss, Mann. Okay. Ich würd sagen, jetzt verteidigen wir erstmal hier, ne? Sag bescheid, wenn du irgendwie angerufen wirst. Ja. Da kommen welche von uns. Der ist im Vorraum gestorben, zu diesem hier. Da wird gleich einer kommen. Würde ich fast drauf wetten. Da ist er. Zwei Leute, direkt unter mir. Hast du den anderen umgelegt? Nee. Ja, ist klar, natürlich. Die Hitbox muss so groß und mein Kopf muss so weit rausgeguckt haben. Ja! Genau! Ach, das gibt's doch nicht. Lol. Gibt's gar nicht. Ich spawn bei E. Nein, geht nicht. Ich spawn bei dir. Also, einer war oben. Fuck, der andere war unten. Hast du den? Einer hab ich, ja. Unten auf der anderen Seite von da, wo wir reingekommen sind. Lebst du noch? Rechts von dir. Rechts in der Ecke. Warte, ich kann jetzt gerade bei dir zugucken. Nicht da, sondern in die hintere Raumecke, da hinten. Ah, der Spacko. Das ist er auch immer noch. Ja! Hast du ihn? Nee. Comrex war da. Ja, genau! Ich schieße ihm direkt ins Gesicht, aber er stirbt nicht. Na, ich sag ja, die Hitboxen, irgendwas stimmt da noch nicht. Das geht mal gar nicht. Wir haben jetzt bei A gespawnt. Ich mach mal wieder Befehl auf A. Weiß nicht, vielleicht sind die Hitboxen sogar serverabhängig. Das wäre natürlich noch viel geiler. Okay, ich spawne bei dir. Okay, ich bin tot. Hey, du wüsstest gar nicht. Das ist der Propaganda-Panda. Propaganda-Panda ist auch gut. Wow. Drei Schuss, um den zu töten. Drei Schrotflinten-Ladungen, um den Killer-Typ, äh, äh, Porno, wie auch immer, der Spass sich nennt, zu töten. Da hinten kommt einer. Hast du ihn? Ja. Das war Killer Pro Silas. Ja, der ist immer irgendwie... Wie gesagt, der hat gerade drei Schüsse von der Schrotflinte gebraucht, bis der Daumen gegangen ist. Drecksack. Bravo. Aber Bravo wurde auch schon freigeräumt. Kannst du eigentlich so einnehmen. Boah, das gibt es doch nicht. Ist das euer Ernst? Dass drei Leute um mich rumstehen und der Typ mich erschießt und kein anderer was macht. Immer wieder glücklich, ne? Ehrlich. Wollen wir unten rum wieder gehen? Ja. Ich weiß noch nicht gerade, wo du bist. Ach, da. Okay, warte. Ich muss... Wo bist du denn? Ah, du bist oben. Ich war oben. Glauben, dass ich mich da vorbeischleichen kann oder so, aber... Alter, MRB geht mir voll auf die Klötze. Aber so richtig auf die Klötze. Ich bin bei B gespawnt. Wie lange ist Battlefield 4 schon raus? Boah, keine Ahnung. Wieso? Ein Typ, das Max-Level erreicht hat. Ich war mir nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist. Der Turm ist übrigens eingestürzt. Ja. Da ist die Libanesen-Armee. Ja. Was bauen wir dir? In drin? Ja, ist klar. Mabisa weiß doch sofort, um welche Ecke ich bin. Manchmal überlege ich echt, so einen eigenen Server aufzusetzen, ne? Um diese ganzen Spacken da rauszuschmeißen, ne? Die mir auf die Klötze gehen. Aber so richtig. Hier ist eine erste Hilfe für dich. Mein Fehler! Scheiße! Das ist deine erste Hilfe. Hol sie dir. Was sind die denn? Ja, ist klar. Ich treffe ihn nicht. Neul. Leck mich im Arsch, ey. Da war noch einer. Das waren zwei, ja. Den einen habe ich unten erschossen und den anderen oben. Ich hab da gerade nur ein Gewehr gesehen. Das war unser. Und wem noch weiter. Wollen wir weiter? Wo wollen wir denn hin? Die angreifen. Aber untenrum. Unten an der Flagge langlaufen und dann durch den Tunneldach. Aber obenrum ist sie direkt tot. Headshot, ja, natürlich. Oh, wir können unsere nächste Map wählen, auf der wir verlieren möchten. Flatzone, Lenken, Damm, Savot, Drei Elf, Goldmund, Railway oder Dumbbreaker, Rogue Transmission. Sag mal was, ich weiß es nicht. Ich hab Dumbbreaker genommen. Dumbbreaker? Na ja, nehm' ich auf, fünf. Hüt' ihn, Mann! Das warst du gar nicht. Ich denke mal, das warst du, nur weil da dein Name, äh, also ein Squad-Name stand. Ich muss mich echt dran gewöhnen, dass auch noch andere Leute mit uns spielen. Dumm, 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 dumm. Ich nimm die ein. Wir haben Einsatzstil Delta neutralisiert. Der hat mich nicht mal gesehen, der war... Assi! Ich bin tot, komm Rex, wusste direkt wo ich bin, wusste direkt wo ich bin. Na ja klar, da kommt noch einer, der ist an dir vorbeigelaufen, der ist an den Treffer! Hast du den nicht gesehen? Nee, ich steh in der Dings drinnen, der ist an mir vorbeigelaufen. Doch, das ist nicht unser! Ich steh hier in der Ecke drinnen, der ist nicht an mir vorbeigelaufen! Der stand direkt vor deiner Zelle, hat mich erschossen! Ja, aber ich seh doch nicht, wie wir hier in der Tür stehen, wenn ich hier in der Ecke sitze! Komm Rex und ich haben uns gekillt! Mach ich wieder mobilen Spock-Bund oder was? Ja, für mich schon! Aber ich glaub wir haben uns jetzt eingenommen, also wir könnten jetzt weiter nach E, wenn du willst! Wollen wir nach E? Komm, du willst auch nach E! Ach komm, mach dir nicht so ne Umstände hier! Okay! Dann holen wir uns durch und dann ist es gut! Ich hoffe, dass es hinter mir explodiert! Ja, ist ja geil! Es fliegt ja dann weit hinter dir! Haha! Hinten ist einer, siehst du den? Ah ne, es ist ja gerade um die Ecke gegangen! War gerade einer! Schön hinter die feindlichen Linien gelaufen! Ich will mal hier oben gucken, wo man... Ah, okay! Gut zu wissen! Also ich bin jetzt oben und fang an die Flagge einzunehmen! Wo bist du? Unten! Willst du unten bleiben? Joa! Hier oben ist einer! Ja, wir haben dann mal Echo eingenommen! Hast du ihn? Ja, einen habe ich je gehabt, ja! Okay, wir haben Echo eingenommen! Ja! Jaaa! Ey, das gibt es einfach nicht! Ohne Witz! Ich schieße mit einer Schrotflinte und es passiert nichts! Mabesa ist natürlich gleich wieder da! 49 zu 20 sicherlich! Ich bin mal eh gespawnt! Jaaa! Also dass der Mabese nicht ganz koscher ist und der Comrex, äh, glaube ich brauchen wir nicht drüber reden! Also der Comrex, den finde ich auch irgendwie... Weiß ich nicht! Aber dem traue ich so ein bisschen! Jaaa! Jaaa! Er schießt gleich wieder mit der Law, Alter! Hab ihn! Den Nick-Check oder so war das, ne? Ich habe 870 MC Service da gekriegt! Die habe ich heute erst angefangen zu zocken, die Knarre! Ja, ist doch gut! Oh, ist ganz okay, ne? Ist oben noch einer? Ich geh mal hoch! Guck mal, ob da irgendwas ist! Ah, die haben nur noch 13! Können sie noch so cheaten? Verloren haben sie so oder so? Komm noch einer? Nö, ist das... Irgendwo kommt einer? Ja, Mabese! Natürlich ist Mabese wieder da! Ja! Ja, sehr schön gewonnen! Ist gewonnen, würde ich mal sagen! Mit diesen tiefgründigen Worten endet sich die Map! Sagt der Tacho, wollen wir noch eine Runde? Oh, das ist kein Bock mehr! Ey, ich habe mal Level ab heute gezockt! Oh, meinetwegen können wir noch! Ich habe Javelin freigespielt! Everyday am Javelin! So! Ein Kompensator! Oh, ich habe fast die Zeiger 12k freig... Alter! Ich habe 27.000 Punkte in der Runde gemacht! Und das mal zwei! Huuui! Huuui! Hätte ich so viele Punkte gemacht? Wieso habe ich... Ich habe 12.000 und... Habe ich so viel Auszeichnungsscheiße gemacht? Ah, ich habe zwei Medals gekriegt! Deswegen war das so viel! Ah, okay! Ich habe mich schon gewundert, warum ich so viele Punkte kriege! Aber... Dann ist das verständlich! ...